Vor drei Tagen ist der One-Inch-Exchange auf die Binance Smart Chain gewandert und hat eine APY von 1000% versprochen auf bestimmte Liquiditätspools, wie zum Beispiel den One-Inch- und BNB-Pool und wir haben natürlich sofort investiert, weil die Gear groß war und wir gedacht haben, wir holen uns die 1000%, weil 1000% heißt mal 10 in einem Jahr, unsere 1000 Dollar, also 10.000 Dollar nach einem Jahr, das wäre echt fein gewesen. Naja und letzte Woche beim Investieren, da habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, das wird runtergehen, die APY und so viel wird da nicht rauskommen. Natürlich schauen wir jetzt nochmal nach, was dabei rausgekommen ist, was 1000% APY bringen und deshalb, da sind wir wieder beim One-Inch-Exchange in unserem Liquiditätspool. Wir haben letzte Woche, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, 1113 Dollar und 73 Cent eingezahlt, 1113,73 und jetzt nach vier, fünf Tagen, nicht mal vier, fünf Tagen, oder? Nach vier Tagen haben wir hier, ist unsere Liquidität in diesem Pool 1128 Dollar wert und siehe da, die APY ist runtergegangen und zwar von 1000% auf 37,5%. Das ist mal eine ganz schön steile Kurve nach unten. Ja, wir sind natürlich trotzdem nicht enttäuscht, sondern dankbar, weil wir haben ja ein bisschen was Geld verdient und trotzdem möchte ich ganz gerne nochmal der Sache auf den Grund gehen und mir mal anschauen, was ist hier irgendwie passiert. Also das ist drastisch, 1000%, das war also vielleicht nur irgendwie ein Marketing-Gag oder haben die sich vielleicht verrechnet oder haben sich absichtlich verrechnet, was auch immer. Wir schauen einfach jetzt mal nach. Und zwar habe ich folgendes gefunden, wenn man das hier, wenn man diese Zeile aufklappt, dann bekommt man hier so eine kleine Statistik von dem Liquiditätspool und wir wissen ja, oder vielleicht wissen wir es auch nicht, dann wissen wir es eben jetzt, dass die Einnahmen, die hier dazu führen, dass quasi die APY zustande kommt, dass also die Quelle dieser Einnahmen hier, die kommen daher, dass in diesem Pool eine Liquidität von 18 Millionen Dollar drin sind. Das war letzte Woche noch 13 Millionen, als wir da eingestiegen sind. Also es sind in drei, vier Tagen 5 Millionen Dollar dazugekommen. Das ist ganz ordentlich, dass diese Liquidität also hier eingelegt wurde und dass das Handelsvolumen in diesem Pool, Volume 24 Stunden, dass das 6,577 Millionen oder 7,8 Millionen, wenn man es rundet, waren jetzt in den letzten 24 Stunden. Das heißt also, dieser Pool hier ist die Quelle, aus der die Trades auf 1-Inch-Exchange bedient werden, wenn jemand 1-Inch gegen BNB tauschen will und umgekehrt. Also das heißt, wenn jemand tauschen will, dann müssen ja die BNBs irgendwo herkommen oder die 1-Inches, je nachdem, was derjenige mitbringt und was er dann rausnehmen möchte, die müssen irgendwo herkommen. Das kommt aus einem Liquiditätspool, in den haben wir 1.000 Dollar oder 1.113 Dollar eingezahlt. Das heißt, wir sind jetzt quasi diejenigen, die diese Tokens, die hier getauscht werden, zur Verfügung stellen. Und weil diese Plattform Trading-Fees abwirft, die dann wieder in diesem Pool hier zugutekommen, verdient dieser Pool Geld. Und das Geld, das der in 24 Stunden verdient, das ist 20.028 Dollar gewesen, die letzten 24 Stunden. Das heißt also, es gibt irgendeine Zahl, sagen wir mal 0,3% oder sowas von dem Trading-Volumen. Das geht in eine Fee und die Fee bleibt in dem Pool liegen. Und das funktioniert so, dass also die Trading-Fee immer von dem Coin genommen wird, der rausgehen soll. Das heißt, wenn ich 1 Inches habe und ich möchte BNB kaufen, dann bekomme ich ein bisschen weniger von den BNB, als ich eigentlich kriegen müsste, weil die Trading-Fee abgezogen wird. Und die Trading-Fee, die findet man hier unter Governance. Da ist die Swap-Fee 0,25% ist die im Moment. Und das wird dann immer in dem jeweiligen Token abgerechnet, der rausgehen soll. Und das heißt, es geht immer ein bisschen weniger raus. Es bleibt aber dadurch eben auch ein bisschen was in dem Pool. Und dadurch steigt der Wert des Pools und natürlich damit auch der Wert meines Anteils. Und das ist letztendlich dann der Zuwachs. Und wenn hier also 20.000 Dollar in den letzten 24 verdient wurden, jetzt ist das gerade 4 Dollar runtergegangen. Das liegt natürlich daran, dass das Zeitfenster die 24 Stunden immer weiter wandert. Und wenn dann später als weniger verdient wurde, dann kann der Verdienst runtergehen. Das nur so jetzt am Rande. Also diese 20.000 Dollar, das sind die Trading-Fees, die verdient wurden. Daran haben wir aber nur einen Anteil, nämlich den Anteil, den wir am Pool haben. Also wenn in dem Pool 10 Tokens insgesamt drin sind und wir haben einen Token, dann haben wir 10% Anteil von dem Ganzen. Also das heißt, da wir aber jetzt sehr, sehr, sehr viel weniger haben, als irgendwie 10% Pool-Anteil mit unseren 1.000 Dollar, sieht man ja hier, also Liquidität 18 Millionen, wir haben 1.000, ist das, was wir hier verdienen, natürlich denkbar gering. Und das ergibt dann eben die Pool-APY. Das ist also im Prinzip für jeden Dollar, der hier eingelegt wurde, wie viel Prozent verdient man dann an den Trading-Gebühren aufs Jahr. So, und das würde ich jetzt ganz gerne noch mal zu Fuß nachrechnen, weil das nämlich irgendwie interessant ist. Also, dann rechnen wir mal. Wir haben, der Pool hat 20.024 Dollar verdient in den letzten 24 Stunden. Wir teilen das durch die Anzahl der Dollar, die in dem Pool liegen, an Wert und haben also das, was ein Pool-Anteil, ein Pool-Anteil in Dollar, also ein Dollar Pool-Anteil verdient hat in den letzten 24 Stunden. Das heißt, das sind ein Zehntel Cent und ein paar Nachkommastellen. Also, ein Dollar Pool-Anteil hat ein Zehntel Cent verdient in den letzten 24 Stunden mal 365 ergibt dann noch mal mal 100 wegen Prozent. Ungefähr 38,6 Prozent, 0,63. Und die Pool-APY ist auch 37,36. Also, es passt ungefähr, keine Ahnung, vielleicht sind es jetzt Nachkommastellen, weil hier die Zahlen sind ja gerundet und wahrscheinlich haben die nicht die gerundeten Zahlen genommen zum Rechnen. Also, es stimmt nicht ganz überein, aber es kommt ungefähr hin. Also, jetzt wissen wir ungefähr, wie diese Pool-APY berechnet wird. Es ist nämlich einfach, wie viel Dollar hat ein Dollar Pool-Anteil Gewinn gemacht an einem Tag und das wird mal 365 genommen. Und das ist im Prinzip eine sehr, sehr, sehr kurze Bestandaufnahme für den jeweiligen Moment, in dem gerechnet wird. Und vielleicht war am Anfang, also des Pools, diese APY noch sehr hoch, aber jetzt ist die schon deutlich gesunken. Und dafür kann es zwei konkrete Gründe geben. Und zwar, der eine Grund ist, dass ja die Liquidität in dem Pool um etwa 5 Millionen Dollar hochgegangen ist. Es kann sein, dass das Handelsvolumen gleich geblieben ist. Und wenn das Handelsvolumen gleich bleibt, die Liquidität aber hochgeht, dann wird ja der Verdienst pro Pool-Anteil sinken, weil ja mehr Pool-Anteile da sind, der Gewinn aber gleich bleibt. Das ist die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, natürlich kann es auch sein, dass das Handelsvolumen runtergeht. Wir hatten ja jetzt auch sinkende Kurse am Wochenende. Und ganz generell, Wochenende ist ja sowieso nicht so viel los. Das heißt, wenn wir von Freitag bis Montag in dem Pool bleiben, dann wird das Handelsvolumen eben wahrscheinlich geringer sein als in der Woche. Und wenn das Handelsvolumen geringer wird, dann ist natürlich klar, dass die Einnahmen aus der Trading-Fee auch runtergehen. Und damit ist also klar, warum die APY jetzt gesunken ist. Das ist schon mal erst mal die APY, aber jetzt kommt noch das nächste Problem. Die Kurse vom BNB und vom 1-Inch, die entwickeln sich ja auch. Und wenn man mal schaut, also der 1-Inch, ich hatte ja gesagt, ich rechne damit, dass das jetzt steigen wird, weil viele die 1000% APY haben wollen. Das hat nicht ganz funktioniert. Es ist sogar gesunken. Warum auch immer, es ist ja im Crypto-Bereich jetzt über das Wochenende einiges einigen Kurse runtergegangen. Und vielleicht ist das einfach mit der Grund, es hat die letzten 24 Stunden auch der 1-Inch-Token ein bisschen gestiegen. Sieht man ja hier 7,2. Das heißt also, unser Anteil an 1-Inch-Tokens, die wir eingelegt haben, ist schon mal im Wert gesunken. Und der BNB ist irgendwie, also es war ja hier am 27. um den Dreh, ist ein bisschen gestiegen bis jetzt, aber auch jetzt nicht so richtig viel. Und das heißt also, tendenziell hat sich unsere Einlage eher, also ist eher kleiner geworden. Aber das wäre ja auch passiert, wenn wir jetzt nicht im Pool gewesen wären, nur die 1-Inch-Tokens und die BNBs gehalten hätten. Das müsste man ausrechnen, das genaue Verhältnis und so, ist aber jetzt nicht so wichtig. Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt einfach mal aus dem Pool raus, weil ich habe mir, also ich habe das jetzt ausprobiert. Ich finde 80% APY ehrlich gesagt, oder 37, 38% immer noch ziemlich gut. Normalerweise würde ich jetzt hier drin bleiben, aber für dieses Video ist es, ich gehe jetzt hier raus, damit ich dann irgendwie ein neues Video machen kann, mit einer anderen Gelegenheit, die irgendwie jetzt vielleicht demnächst auftaucht. Hat ja keinen Sinn jetzt hier mit dem bisschen Geld da drin zu bleiben. Also, wie mache ich das? Wie komme ich da raus? Als erstes, meine Tokens liegen ja jetzt im Farming Pool. Die sind ja nicht hier in dem Liquiditätspool. Ich habe also hier meine Liquiditäts-Tokens, die LP-Tokens eingelegt und die muss ich jetzt abholen. Und weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich die, hier habe ich übrigens noch mal 4 Dollar von dem Reward, einen One-Inch verdient, die muss ich noch abholen. Das mache ich jetzt mal mit Claim. Dann werden die jetzt, hole ich jetzt quasi meinen Reward ab. So, erledigt. Das müsste jetzt irgendwie runtergehen gleich. Und dann muss ich noch meine Einlage abholen. Staked-Amount, das klicke ich hier an, weil dann wird das hier übertragen in das Feld. Ich gehe auf Withdraw, hole das ab. Jetzt habe ich meine Pool-Tokens zurück. Und die Pool-Tokens, die kann ich jetzt hier abholen. Es sind immer noch 132 Pool-Tokens. Die sind nicht gestiegen, aber der Pool-Wert hat sich verändert. Ich schicke das Ganze auch ab. Und jetzt habe ich BNB-Tokens und One-Inch-Tokens zurück. Ich schaue mal in meinem Wallet nach. Muss ich den One-Inch noch suchen. Und da habe ich tatsächlich 141 One-Inches bekommen. Also mehr, als ich eingezahlt habe. Ich habe aber, glaube ich, weniger BNB-Tokens bekommen, als ich eingezahlt habe. Das ist klar, weil sich das Verhältnis dieser beiden Tokens im Pool ein bisschen verschiebt. Und ich habe also jetzt tatsächlich, glaube ich, mit dem Ganzen Minus gemacht, weil sich die Kurse von den Tokens ungünstig verändert haben. Und das ist natürlich jetzt die Strafe dafür, dass ich so früh ausgestiegen bin. Aber dafür kann ja erstmal One-Inch nichts. Das Ganze hat sich also jetzt nicht gelohnt, nur für drei Tage das zu machen. Aber es war ja auch nur zum Ausprobieren. Und wenn ihr irgendwie da eingezahlt habt, bleibt doch einfach noch eine Weile drin, weil 37 Prozent plus 43 Prozent, das ist schon ganz ordentlich. Wenn die Kurse wieder steigen, dann kommt da auch ein bisschen was raus. Das ist natürlich von mir jetzt kein klarer Ratschlag, sondern einfach nur, was würde ich machen? Ich würde, glaube ich, jetzt normalerweise, wenn das jetzt eine ernsthafte Investition wäre, drin bleiben, weil die ganze Sache, Kurse sind alle am Boden, fangen gerade erst wieder an zu steigen. Ich habe dem ganzen Pool eigentlich gar nicht die Chance gelassen, jetzt irgendwie eine vernünftige API zu generieren. und so würde ich, also wenn das jetzt ein echtes Investment wäre, wäre meine persönliche Entscheidung, ich würde jetzt noch eine ganze Weile drin bleiben, solange sich die API hier nicht dramatisch verändert, finde ich also 80 Prozent irgendwie API schon ziemlich okay. Und ihr müsst also für euch selber überlegen, wie ihr das macht. Das ganze Thema Liquiditätspools, Staking Rewards und so weiter, das bespreche ich auch in meinem DeFi Tutorial. Ich werde hier jetzt irgendwie auch gleich einblenden, wie man da hinkommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr an der Stelle ein bisschen weitermachen würdet. Ansonsten freue ich mich auch über ein Like und über Fragen. Unten im Kommentar freue ich mich auch. Vielen Dank, bis dann.